Okay, dann kann ich das vielleicht nächste Nacht auch schaffen, wenn ich mich allzu dumm einstelle. Oh, das war natürlich das Falsche. Ja, das war natürlich das Falsche. Ich bin so doof, anstatt dass ich Q drücke. Arrg, Mann! Scheiße. Okay, nochmal. Fuck. Okay, jetzt habe ich aber mit der Ballista-Welt jetzt getroffen. Ich habe irgendwie, sieht man den Zielpunkt von der Ballista, den sieht man fast gar nicht. Der ist so winzig klein. Okay, once again. Ich mache das Explosionsfass hier weg. Okay. Das brauche ich da eh nicht. So. Dann fälle ich ein bisschen Holz und dann schaue ich aber mal noch nach Wolf's Whale und gucke mal, ob es da noch irgendwas gibt, was mir mehr HP gibt oder irgend so ein Scheiß. Das ist echt krass, ey. Oh, hier noch eine Weste. Zwei gegen Werwölfe. Naja, gut. Aha, 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 aha. Naja. Was hat der hier so anzubieten? Immer noch die gleichen Äxte. Und der hier, der Mashi-Touchi-Touchi, guck mal, was der hat. Der hatte doch irgendwas mit, hier guck, Stamina permanent. Ach ja, und hier vier Factor. Puh, was nennt man da am besten? Vier Factor bringt ja gegen die Viecher da nix. Puh, puh, puh. Ich glaube, ich nehm das Stamina-Dingens mal mit. Wir brauchen ja irgendwie den Wind, den benutzen wir gar nicht so wirklich. Okay. Und dann Start the Night. Packen wir das hier noch? Ups. Na, komm schon. Da rein. Und dann geht's los. Da kann ich auch ein bisschen länger auf den rumprügeln. Ich hoffe, dass ich es jetzt endlich schaffe. Wenn ich mit der Ballista zweimal treffe. Sollte es zumindest möglich sein. Die Ballista ist wirklich gut gegen die. Da sind die drei von uns tot. Aber ich will nichts, das ist eine Chance. Ach, Mann, Mann, Mann. Das ist echt übertrieben, finde ich. Also die Vendigos sind ziemlich krass. Vor allen Dingen von wie weit die auch anchargen. So, dass die dich erwischen. So, die beiden weg. So, jetzt sollen die mal fressen. Die sind bald fertig. Dann kommt der eine da raus. Nee, oder? Das ist doch jetzt Käse. Das ist doch Käse. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. So ein Witz, ey. Wie die nicht da reingelaufen sind. Wie die genau da drüber gelaufen sind. Läserlich einfach. Läserlich. Da ist der grüne Punkt. Okay, Wendy, go. Okay. Detected. Aber es ist schon wenig. Also, keine Ahnung. So eine Balliste, die haut den direkt um. Aua. Take that, bitch. Fucker, ey. Komm rüber. Schnell, 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 schnell. Die Seilbahnen sind echt geil. Die fetzen mir wie Sau. Ich liebe das mit den Dingern zu fahren. Voll witzig. Hä? Falsche Richtung. Oh, der läuft einfach an uns vorbei. Und ich hab den nicht erwischt. Nice. Okay. Restart. So ein Bullshit, ey. Das ist echt so krass. Mann, Mann, Mann. Vor allen Dingen hab ich den doch getroffen. Warum hab ich den wieder vorbeigeschossen? Der war genau dort. Hab ich... Da ist wahrscheinlich das komische Turmding im Weg gewesen. Oder irgendwie sowas. Die Ballista steht dort scheiße irgendwie. Aber woanders gar nichts sind, ich hinsetzen. Wo soll ich die sonst hinsetzen? Das ist echt dämlich. Aber ich mach den hier weg. Und mach den lieber direkt hier drauf wieder. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Da lässt echt keinen Fehler machen. Das ist sofort aus bei den Wendigos. Das ist echt krass. Ich bin wahrscheinlich einfach nur zu doof oder so, den Scheiß zu bedienen oder irgendwas. Keine Ahnung. Das ist echt so krass. Wie schlecht ich bin. Unglaublich. Jetzt haben wir mit dem Scheiß Katapult da Treffen. Aber das ist echt so... komisch. Mit der Ballista zu schießen. Ich sollte vielleicht hier auch gar nicht das Netz aufbauen. Das reicht, wenn ich das aufessen dort. Naja, gut, was soll's. So, da hat auch wieder einer überlebt, oder? Ja. Zu krass. Aha, aha, aha. Komm mit mir, Bro. Nein, oh, fuck. Den wollte ich dort nicht. Nein, Schubs, nur jedes Mal geht irgendwas schief. Es kann einfach nicht wahr sein. Headshot. Nice. Den hab ich gut getroffen, glaub ich. So, Mr. Vendigo. Oh, der will das Fleisch fressen. Komm, weg da. Die sind irgendwie auch ziemlich blind, hab ich so das Gefühl. Ah, aber riechen tun sie trotzdem. Okay. Okay, okay, okay. Ist jetzt alles noch gut gegangen. Wenn ich den jetzt noch... ...treffe mit der Ballista, hab ich eine wirkliche Chance. Die Nacht zu überstehen. Warum dreht's die denn auch immer rum, äh? Jawohl, erwischt. Du Bastard. Kommt man. Really? Really? Nein! Ach komm, das kann einfach nicht wahr sein. Wie der immer von sonst wo angestürmt kommt. Fuck you, Bitch. Ernsthaft. Jetzt hat er mir schon wieder so viel Leben abgezogen. Und es darf einfach nicht wahr sein. Es darf einfach nicht wahr sein. Okay, das wird wieder arschknapp. Wird das wieder. Bullshit, ey. Bullshit. Aber sowas von... Come on, Baby. Come on. Come on. Headshot, Bitch. Ach komm, ey. Wieder... Ach ja, really. Oh ja, oh ja. Oh ja, oh ja. Oh shit. Oh ja, was? Are you fucking kidding me? Oh come on. Das war wieder so arschknapp. Wie der... Wie der genau in dem Moment Enrage gilt, wo ich meine... Meine starke Attacke mach. Und der... Die einfach nicht trifft. Nur weil er grad sein... Macht. Trifft meine starke Attacke den nicht, oder was? Einen Scheiß, ey. Fucking Vendigos. Und die geben nicht mal Geld. Warum kill ich die dann, bitteschön? Fuck, ey. Einen Dollar hab ich bekommen für die ganze frischissene Nacht. Ey, mein Gott. Fuck, 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 ey. Die sind so... Scheiße, die Vendigos. Alter Schwede. Alter Schwede sind die Kacke. Voll übertrieben einfach nur. Vor allem, weil die von einer übelsten Range angestürmt kommen. Einfach durch die Durchrennen. Mein Fresse. Entschuldigung. Okay. Eine einzige Wave. Okay. Der läuft zum Haus, der läuft zum Haus, der läuft zum Hühnerstall, die laufen zur Kapelle. Puh. Da, 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 da. Puh. Ja, wo ist die Frage, ne? Wie? Oder was? Oder wer? Oder warum? Überhaupt. Da, 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 da gibt's... Da sind noch die fallen. Hm. Dann machen wir da hier eine Firewall hin. Das war schon wieder ein Feld zu viel. Die sind so doof zu setzen. So. Und da eine für den Freund. Na komm. Wie nur an bestimmten Punkten. Ja, warum? Warum? Das hat's gerade überhaupt nicht so angezeigt. Hallo. Ich hab gesagt, weg damit. So, jetzt müssen die... Die laufen hier lang, die laufen da lang. Scheiße, ey. So viele Wege hier. Viel zu viele, eindeutig. Die laufen da lang, die laufen da lang. Ich will nicht, dass ihr da lang lauft. Oh, Mann. Es wird alles schön zur Kirche kommen, am besten. Achso, das geht ja nicht. Ha! Das geht ja gar nicht. Puh. Puh. Ah, ich bin too blessed. Die laufen jetzt beide da oben lang. Der läuft da lang. Die kommen hier runter. Können wir hier so ein Hanging net. Das geht. Die war. By the beat. Fuck. Das ist schon wieder Mist. Mist. Das ist doch Mist. Das ist doch Mist. Warum kann ich das denn hier nicht hinsetzen? Hier kann ich's hinsetzen. Hier. Erwischt das beide. Die kommen jetzt da lang. Ich hoffe, das erwischt alle beide. Dann setze ich da noch ein Bait drunter. Dann muss da noch ein Bait hin. Und da einer. Und da einer. Puh. Dann muss ich hier ein Wayside Cross hin. Und da so ein Fire. Okay. Ich versuch das so. Ich hoffe. Ah, die kann man wieder weg machen. Ja. Die machen wir hier noch ein. Bait hin. Ha. Ich hoffe, das reicht. Okay. Start Night. Brauche ich jetzt die Blessed Weapon. Huch. Die austauschen. Und dann habe ich Skills. Wayside Cross Skill klingt gut, ne? 60 Sekunden sind die dann an. Dann mache ich das nämlich. Und dann geht's weiter. Start Night. Bin mal gespannt. Habe ich das hingekriegt? Es ist nur eine Wave. Eine einzige nur. Die ersten Windigöse haben sie verletzt. Aber andere kommen. Und die Invisible Beast wird bald aus der Dunsten um zu verletzieren, um alles zu verletzieren. Die Invisible Beast? Die Kreatur, die unsere Mutter gesprochen hat? Ich weiß noch nicht mehr. Okay. Find crazy eye. The one who sees the truth that others refuse to accept. Go get the hermit who hides from the sight of everyone. Er hat eine der drei Chancen, um den Invisible zu retten. Wenn Sie nicht verlieren, werden wir alle sterben. Ich finde ihn. Das schlimmste ist, dass er seine Augen ausbrechen wird, ohne ihn zerbrechen. Wenn ich das sehe, mein Josie, dann sind Sie derjenige, die Ihre Augen verlieren. Insofern, sicherlich, dass Sie sich nicht die Wolken an den Hermit schütteln. Bestimmt, dass wir ihn so lange wie möglich halten. Komm, komm. Schnell da rüber, damit die mich nicht riechen können. Da müssen wir heat to the Waypoint bestimmt dann da rüber. Ah, okay. Okay, I see. Wir müssen schnell sein eigentlich hier. So, ich bin mal gespannt, wie viel die da unten Schaden kriegen. Jetzt laufen sie weiter. Oh, das war nicht so gut. Glaube ich. Okay, egal. Hat geklappt. Oh, die riechen mich gleich. Und detected. Alright. Der ist da noch, den interessiert es nicht. Kommt nur einer. Oh, fuck. Oh, fuck. Ja. Ach ja, jetzt machen die das genauso, oder was? Ach komm. Hör doch auf mit dem Mist. Jetzt bin ich fast tot hier. Oh! So. Ich bin jetzt bei mir dann. Oh. Das ist geil. Den da drüben interessiert das gar nicht. Oh, ich muss den aber töten, bevor die Zeit abläuft. Da kommt er. Das ist zum Glück nur ein kleiner. Also was heißt ein kleiner, aber halt kein Grand Werewolf. Nur ein normaler Werewolf. Bämst. Heet to the Waypoint, oder? Na? Ja. Dachte ich mir fast. Ich hoffe es kommen jetzt nicht noch welche, die ich safen muss oder so, weil dann... Ich habe relativ viel nicht lebend. Die Grand Werewolves haben mir doch ganz schön auf die Fresse gegeben. Ah nein, da ist er. Ich hoffe, dem passiert nichts jetzt. Moin moin. Digga. What's up? Komm für mich. Komm für die Augen. Die Augen, die Dinge sehen. Ja, naja. Da du nicht kaltest, als ob du in so gutem Form bist. Anyway, I'll go. So long, fella. Hehe, the souls of the village. The devil's changing them. I saw. Defend my tree. We'll show you, we'll show you with eyes. I see. Wolves will show you. Äh. Okay then. We'll help you against the world. Das ist der Freund. Der Hermit. Oh shit. Are you serious? Oh fucking fuck. Oh shit. Was kommt denn da alles? Damn it. Vielen Dank.